14.6. kündigen muss, weil ich ja kein Schüler mehr bin. Behalts doch einfach. Kann aber nicht mehr benutzen. Du musst es abgeben, sonst gibt es eine Strafe. Ja, 10 Euro. Stell mir mal vor, wie viel du da sparst, wenn du es einfach vorzeigst, anstatt hier 10 Euro zu bezahlen. Weißt du? Stell dir vor, weil es kommt ein Kontrolleur. Das ist ja auch der Karte gezogen. Ach, bei euch sind da viele Kontrolleure, oder? Ja, das geht, aber im Bus musst du fast immer als mittlerweile das Spiechen drin... Ja, die haben so ein Gerät. Halt dich für ein Gerücht, es passiert nie. Doch, ich habe das schon öfters in meinem Nachtexpress gehabt. Im Nachtexpress? Ja, Mann. Ja. Alter. Im Nachtexpress sind die alle herbetretet und beäugen einen so richtig kritisch, aber ein Ticket muss ich noch nie fortzeigen. Bei uns gibt es so einmal im Monat einen Kontrolleur vielleicht. Bei mir ist es so eine lustige Sache, dass es bei mir das Ticket abgeschmissen ist, dass es ein Chip durchgebrochen ist. Ja, ich muss dann am nächsten Tag ein neues Ticket holen, weil... Einfach braucht man ja alles, dass das scheiß Viech durchgebrochen ist. Natürlich. Ja, passiert. Der Busfahrer wollte mich erstmal nicht mitnehmen, der meinte, du hast so bezahlt erst mal. Ich habe so gesagt, ja, es ist mein Schoko-Ticket, was kann ich noch einmal als Chip durchgebrochen ist. Ja, das ist mein Schoko-Ticket, was kann ich noch mal als Chip durchgebrochen ist. Hallo. Ach komm. Ich will. Boah, irgendwie rät mich jetzt ziemlich hart. Ich bin gleich ziemlich hart-great. Ich schwöre sogar. Wie immer, Jules. Ja. Aber die ist verschwürdig sogar. Geh in Busch. Oh, du schiffst gerade in Minions. Du stehen sich Minions nicht. Ach. Marc? Ja, ich geh zurück. Ja, viel Spaß. Danke. Viel Spaß beim Shoppen gehen. Ah, Shoppen. Ja. Hä, ist ein Scherp. Ich hab ihn. Oh mein Gott. eigentlich habe ich jetzt training eigentlich immer diese drogensüchtigen sagst du alter ja ich bin voll mein pensum ich sagte damit fährst du auto ja wie achter waren bloß schlimmer es passiert mir tatsächlich immer ohne scheiß ich bin immer so inkompetent was das licht angeht nicht nur was die pflicht angeht ich bin voller gute fahrer nein ja ich spüre meine argumente ja die sind überzeugend du alles gefällt mir gar nicht was denn am besten nicht antworten beste taktik hä du greifst ihn so an oh mein mark hä alles an mir aus was denn was denn eigentlich ist man ergreift im gegenzug mich an ja mal boah bitte sag irgendwas witziges bitte sag irgendwas witziges was witziges was witziges wer ja 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 Prozent die Jahre als St Prozent jetzt nicht in der Nähe des Mies der Zeit war das in den Uwe der Pante Pau Spektrum die Erfolge zu hart Uwe das war der Wiener die EU-Roll-Thingen Kölner oder Linien Oh, ich glaube ich bin tot. Oh, oder? Ne. Da war man. Was hab ich tun am schweren. Oh Mark, wer war nochmal dabei? War das Willi oder war das Raphael? Willi natürlich. Er hat das doch gesagt. Das ist voll leid. Schnell dir bitte vor, du versuchst, Egwin zu rennen. Oh, ich komm immer noch nicht drauf klar. Na, die Minions, ich komm ja nicht weg. So. Chill ich am besten nicht bei uns. Warum ist die Mitte eigentlich frei? Alter, hier oben ist vormachen. Ja. Oh, Hilfe. Es ist hier ruhig. Wie? Drei Kills schon. Ich? Ja. Ich hab so ziemlich jeden angezündet, aber keinen gekillt. Ja, alles anzünden. Oh, Ash. 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 Bam. Halbes Leben mit einem... ...Sperr... ...Ziem's legend. ...leget. ... ... ... ... noch noch ein Stärklinger ja normal er hat er wird in der Marke wo Mike allen wieder nicht immer weiter ich doch gerne als er hat mir nur gegründet will Katsch von den Ressort das nicht auch das kann nicht sein Der überlebt das, ist das ja eklig. Oh, da ist eine Ash. Die will nur spielen. Natürlich. Kein Marner mehr. Vielleicht gehst du da lieber mal schwimmen. Im Marner. Meer. Boah, der Tag an dem ich witzig sein werde, wird nie kommen. Nicht so wirklich, eigentlich. Jules? Die krank gerade nicht, die ist noch am Lachen. Weil du so witzig bist, ne? Sehe ich amüsiert aus? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Doch. Wo läufst du eigentlich hin? Ich will eigentlich zu euch, aber seid ihr irgendwie alle woanders? Hä, ich war eigentlich gerade oben. Äh, epische Legs. Okay, wieder zurück. Wo bin ich? So, da bin ich. Jolo. Nein, 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 nein. Oh, cool. Die ist fast to-hit mit meinen Sperren. Ja, dann mach das doch, oder sind die Sperre gerade bei dir spärlich vorhanden? Oh mein Gott, ich isch jetzt. Ach du Scheiße, war der schlecht. Ach du Scheiße. Moment, Helene, indem ich mich frage, warum du mein Freund bist. Ja, das ist, ich weiß nicht, wegen dem D. Ja, kann sein. Oh, stehe ich da nicht direkt vor mich. Mag mir das Thema wechseln. Ja, das geht auch. Ja, ja. Um bei dich zu sein. Ja. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Oh Mann. Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr, ich chill jetzt. Sie geht zu Barron. Raucht sich ein mit dem. Ich würde her so gerne einen streuen. Oh, 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 nein, oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay, safe. Nein! Ich war weg! Leave me! So done! Ja, suck los! Oh Scheiße, ich hab mir zweimal Schuhe gekauft! Oh, kacke! Oh, 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 oh! Oh, jetzt bin ich traurig! Schlimmster Fehler! Ein Paar für den Fuß! Ein Paar für den Fuß! Boah, in solchen Momenten wäre ich gern Tadeus! 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 Ash! Ash! Ich hab Angst! Oh nein, jetzt hab ich sie nicht getragen! Warte! Ey! Ash! Das ist doch ein Scherz! Du bist ein Scherz! Hast du das gesehen, Julia? So geht das! Nein, hab ich ehrlich gesagt nicht! Das geht wie? Love, Julia! Love, 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 Love Mark, wenn du sie für dumm hältst, verletzt du ihre Gefühle und dann wollen sie ihn nicht das sind Bots Ja, nein, du verletzt ihre Gefühle All ihre Gefühle, nicht ein Gefühl, sondern all ihre Gefühle Ja, wenn dann richtig Boah, jetzt ist die Lane hier viel zu mainstream, wo jetzt so viele Leute da sind Direkt erst mal einfach Oh lol Denkst du, sie hat uns erwischt? Natürlich Au, au, au Au, 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 nein, nein, nein Ja Ich trinke mal was Au, 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 au Au, au, au Au, au Au, au Au, au